Servus Leute, heute habe ich einen klassischen Raid für euch auf Customs, ich war mit der SR25 unterwegs und wollte ein bisschen snipen, das heißt Fortnox, Skeleton und Baustelle, da bin ich immer gerne unterwegs dafür und hatte dann auch schönes PvP, ein Teamfight mit viel Flanken, aber ich will nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Kommentar, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Ja, ich sag mal, Level 70 ist halt reines Zeitinvestment, wenn man jetzt halt kein Streamer ist oder sowas und einfach so für sich zockt, keine Ahnung, da muss man sich schon hart motivieren können, dass man Level 70 macht. Also Streamer passiert das schnell, naja, schnell nicht, aber es passiert, ja. Ja, ich spiele fast täglich. Und ich meine, Quay, ich spiele keinen Laps. Oh Gott, der ist nicht tot. Ich habe keine Ahnung, ob der tot ist. Scheiß, scheiß DMRs, Mann. Ich schaue einfach von oben. Ich glaube, der lebt noch. Okay, der ist tot, okay. Lass halt sie hin. Er ist tot, okay. Ich dachte schon, hä? Aber habt ihr gesehen, er steht erst da und lauscht genau hin. Hä, habe ich jetzt was gehört? Ich glaube, mit dem Contact 4 hast du so einen krassen Vorteil. Ja, du hörst die Leute echt weit. Ey, ohne Scheiß, ich dachte, ich gebe ihm halt Bodytreffer, weil es ihn auf jeden Fall umhaut. Der stand halt bloß da, ne? Deswegen bin ich nicht auf den Kopf gegangen. Der hat es echt überlebt. Das waren drei Bodytreffer oder mindestens drei. Eher mehr. M62 ist auch nicht mehr das, was es mal war. Der hat nichts Gescheites gehabt. Das ist halt... Das ist halt... Das sieht zwar aus wie Bodytreffer, aber es ist Arm, Arm, Body. Und dann überlebt das halt, ne? Ja, ja, das ist... Man hört echt weit mit den Dingern. Wenn ihr die Kohle habt, holt euch hier, ähm, Contact 4. Das ist so ein Vorteil. Ja, hatte ich eben. Ich habe eben von der MK18 einen Armtreffer bekommen. Hat sich mit 9mm angeführt. Nice, people pudding. Immer weiter. Er ist nämlich Kampfgeist. Ja, der hat sich hier hingelegt, ne? Ja, der Eiswall, ey. What the fuck? Das ist gar nicht so schlecht gegiert. Na ja. Wenigstens hast du den Account wieder. Das könnte auch anders laufen, ne? Und es ist kurz vorm Vibe, von daher. Sie ist positiv. Klar nervt es, aber was willst du machen? Ach, Damjaneck, wenn du Bock hast, wieso nicht, ne? Spielt es sich ein bisschen ein? Ne, kein Event. Ich hab mich geschossen. Ich hab mich geschossen. What? Das war ich. Das war ich. Ah, die kommt nicht. Einen Nate könnte schon wieder gesessen haben. Ich hab mich geschossen. Ich bin da drin. Ah, ich hab noch drei Nets, nice. Geh da jetzt rein, Mann. Wieder nicht. Ne, das Event ist vorbei. Ja, ich treffe auch gar nichts. Ich meine, ich hab den einen, glaube ich, schon zwei Bodyheads wieder verpasst, aber ich hatte keinen Headshot. Bosses waren wieder normal, die Quest vom Event gibt's halt noch. Oh. Oh, ich hab einen. Glaube ich. Ja. Shit. Der weiß nicht, wo ich bin. Hier noch ein Max. Oh, er ist an der Leiche. Er ist an der Leiche dran. Er ist an der Leiche. habe ich hier irgendwo wieder auf der baustelle gesehen also gehört man nicht geht mir nicht lauschi lauschi problem ist er liegt jetzt irgendwo wartet halt bis ich irgendwas mache wenn er noch lebt ich meine headshot getroffen habe seine rüstung schon komplett runter geprügelt für das hier gut dass er am atmen war und ich habe seinen waffensound gehört seinen waffensound hat er keine meds mehr what the fuck er ist entweder Und noch zwei, okay. Der hatte ein gutes Herz, der wusste, wie ich komme, aber ich konnte ihn im Rechtspeak in den Laster treiben. Wer liegt, der stirbt? Es war tatsächlich nicht dumm, was er da gemacht hat. Es war nicht dumm. Wenn er einfach da steht, trifft er mich gar nicht. So hat er die Chance, also er hätte mich umziehen können. Ist da was? Ah, DMR sind halt, ne? Im Nahkampf, merkt er, ist nicht so geil. Mit jeder Full-Auto-Waffe muss ich nicht zum zweiten Mal ansetzen. Mit einem 4, mit einem Mutant oder so. Machst du direkt kurz einen Prozess. Jetzt war es noch die Lobby. Habe ich schon so viel gegeben? Das waren jetzt 4, 5, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ganz gut Druck gemacht auf die Jungs. Ich habe ganz gut gemacht. mal sehen wer den da hat oh shit er hockt echt noch da hinten in der ecke ja ist dein ernst ja was tot gut passt ihr gedacht habt ich habe ihn nicht gesehen mein what the fuck da hock dich halt wenigstens vor dem grünen hintergrund ist besser als von der weiße mauer ich vergiebe dir wird wahrscheinlich hier gar nicht dazu es ist auch so ja ein bisschen aber ich glaube der hat nicht zu der gruppe hier gehört das ist hier noch irgendwo einer sitzt man weiß halt nie ich dachte der hier in der ecke wäre schon letzter und taue noch mal zwei auf drei hier dachte der werde der letzte gewesen genji vielen dank für das follow willkommen und kolonel ich glaube das war richtig vielen dank für das follow ebenfalls willkommen ganz hämmer ne was the foot on is nice alles klar virus unten ist ein amazon link wenn du auf amazon bestellst direkt link ist guter support level 4 das war kein bambi ja das ist auch nicht seins hat ihm mit der mp5 gegeben nice ja das gear hat er sich geschossen schade hier seines lebens und dann komme ich ein mutant ach so schau her ich glaube das ist für 60er mac barter trade deswegen geht es jetzt hoch jetzt hör mal auf wenn ich das voll mit bp da ist ps ok da ist ps was hier bp ok na wenn sie insistieren ich das schon mit na so ist nicht ich höre was steppen links im L big black team muss aus big black team muss aus das ist ein richtig guter film ich habe ihn sowas von richtig gehört und dann schaut er mich an ich habe ihn sowas von richtig gehört und dann schaut er mich an du kleiner zipfel klatscher wo kommst du her sound funktioniert leute ich sag es euch den hier looten wird jetzt natürlich ja jetzt hüpft da ne komm bitte nicht zu mir die granaten ich finde den sound ziemlich gut gerade ja ich habe endlich kontrolle über meine umgebung der hockt doch jetzt wetten hier im eck und heilt sich wie 0 an auf jeden fall an ohne seid ihr taub wie ein pfahl ja 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 100 pro hier in der ecke die war gut aber ich würde sagen den suchen wir jetzt nicht mehr ja 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 Ah, ich habe ihn leider nicht. War auch ein spannender Raid. Fünf Kills. Schade. Schade, dass ich den zweiten nicht erwischt habe. Ey, den letzten jetzt gerade nicht erwischt habe. Ich habe ihn so gut gehört. Hey, Captain Itano, servus. Ich habe ihn so gut gehört. Aber sollte nicht sein. Sollte nicht sein. 35 Hits. Naja. Wundervoll. Machen wir hier einen Marker. War aber ein gutes Geflänken. To get away. To see you again. See you again. Been fighting ways. To get away. To see you again. See you again.